Überlebt eine Katze den Sturz von insgesamt 320 Blöcken bis dort unten von hier oben. Ihr seht, das hier ist die maximale Bauhöhe und ich spawne jetzt einfach mal eine Katze und werde sehen, ob sie es überlebt oder nicht. Ich springe langsam aber sicher hinterher und wir sehen die Katze. Überlebt einfach. Ja, sie kann 320 Blöcke fallen. Richtig nice.